Das Zusammenspiel ist extrem wichtig. Wir müssen jetzt einen Kurswechsel in Deutschland einleiten. Gerade die Themen Bund, Land, Kommune müssen viel besser miteinander verzahnt werden. Deutschland braucht einen Mentalitäts-Bundle. Anstrengungen muss belohnt werden, indem zum Beispiel die Überstunde steuerfrei gestellt wird, indem zum Beispiel Menschen, die in Rente gehen und freiwillig länger arbeiten wollen, 2000 Euro steuerfrei bekommen. Und ich würde, und das ist der zweite Punkt, eine Mentalität des Machens einführen. Wenn wir zum Beispiel die beiden Vorschläge, die ich gerade genannt habe, einfach mal auf zwei Jahre begrenzen und einfach mal machen und nicht immer gleich auf die Bedenkenträger und Bremser hören, sondern es einfach mal ausprobieren und nach zwei Jahren schauen, hat es funktioniert oder nicht, dann wird Deutschland die Zukunft gewinnen. Diese Mentalität des Machens brauchen wir wieder und ich hoffe, ihr unterstützt uns dabei.